Hey Leute, ich begrüße euch hier zum letzten Cup der Meisterschaft, der ersten Meisterschaft. Weiterhin mit Ninjoshi, mit Jan, mit Eduard und das und Gratulation an Ninjoshi, er hat es schon geschafft. Wir können ihn leider nicht mehr einbauen. Ich werde mich jetzt mit Bewegungsstelle spielen. So, wir starten die Rennen. Ohne Teams, alle Items, ohne Computer, alle Fahrzeuge. Ninjoshi, wie ist das so, mit dem Gefühl, man hat gewonnen und muss dennoch fahren? Wie schafft man das überhaupt, dann überhaupt noch Motivation ins Spiel zu bringen? Ja, also ich wurde hier gezwungen. Ich bin hier gerade in so einem Keller eingesperrt und hier sind wir gerade eigentlich alle. Nur ihr habt es viel schöner. Wir haben noch ein Fenster. Wir haben einen Kühlschrank mit getrennten Dämonen. Ja, ich habe mich hier abgetrennt. Abgekappt. Du spielst jetzt auch nur noch mit einem Finger. Aber jetzt habe ich hier so einen, 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 nehm man da denn? Schelle? Ne, nicht ein Schelle. So eine Schüssel. Nein, nicht eine Schüssel. Zu pinkeln. Nein. Es wurde hier mit meinem Bein am Stuhl festge... Das nennt sich Handschellen. Handschellen, ja. Ich glaube, da bin ich vor normaler Rache. da kommt ein roter oder ja auch ja probleme haben gesteben damit blödsinn tun dem weg ausgespissen richtig nintendo spürt es keine griffen hinter ist das vernehmt die man nicht letztes bin gespannt wie das dann bei brawl weiß mehr spaß ablaufen wird dann wenn man einfach nur umsteht nicht mal das ist ja keine sauerweiter geprüft das ist warum ich dachte ich wollte es meinen richtigen moment in den zwei wochen richtig verleihung wo er mit erwähnen da wir sind zu 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 sie geht es eigentlich ein das ist die stadt aber ich denke mir so weiß ich lass dich vorne weg von der mitschiffen den beiden das reicht nur und du kriegst den blauen ab wenn er kommt wenn er kommt wenn nicht dann mach ich dich mit meiner roten schnell weg und dann ist gut ich hab hier nur drei joo einfach mal so eine beliebte täuschung an wo seid ihr kann man gehen irgendwo halten das redi sehe ich schon mal aber joshis überall wer der weiße so etwas ein Fehler gemacht das ist das zu viel am meisten ich mache immer wieder Fehler einfach mal hinter zuvor kommt und so zufrieden da kommt ein roter Mensch auch noch mal und sie kriegt noch mal roten der zweite ist vorbeigeflogen ich bin hier was falsch gefahren ich bin ganz zweiter der kriege ich erst am Ende hat es ein Pilzchen ich hasse dich Jan also so kann es bei mir nicht weitergehen ich muss jetzt halt erst mal ja so kann das weitergehen so bin ich zweiter das kann so weitergehen das darf und kann so weitergehen der Stars überlegt noch welche Strecke kommt jetzt dran bin ich wirklich sicher ich nehme ich den hab ich denn überhaupt Lust noch zu spielen ja damit geht es auch alles ist das ist nämlich leider letztes wirklich recht für ihn aber dabei sein ist alles ja jetzt geben wir ein Bier aus und was wird gemacht eigentlich der Erstplatzierte für die anderen Leute also ich bin ja nach eingeschwerte im Keller darf im Keller sein muss ich nehme die schöne Seite wo ihre Seiten dann passt hat und ihr bekommt meine Seite also eigentlich war der erste ist musste in diesem Keller bleiben und trainiert für die zweite Meister damit der weiterhin der Champion bleibt ja richtig tschüss Jan tut mir leid aber so nach ansonsten war das eine Banane? geht auch schon gar keine Ahnung nice Banane hui nice Banane naja oh so kannst du bleiben warum dürfte ich in die falsche Richtung das war nicht cool das war nicht cool das war nicht cool da kann ich es dir nicht haben warum in die falsche Richtung das habe ich auch nicht gesehen gerade ich habe L nicht losgelassen aber er hat einfach die Banane losgelassen Wenn er keine Bananen mag, oh, zähl doch. Wow, da kommt einfach ein Roter. Wieso schmeißt du denn ein Roten weg? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine, die können es jetzt voll aufheben und voll in vorne campen. Der ist das Erste, das ist das? Ja, das, das, da ich das neu erleden darf. Und da fällt er einfach runter, okay. Verschreckt die letzte Runde, dann wird es wieder total dran. Guck mal, wenn du bist runtergefallen, fachst kurz Zweiter und dann bist du auch immer wieder da. Oh, jetzt fächle ich doch. Ich glaube, Nerven. Ja, wir sehen hier, der Ninoshi, der gibt keine 100% mehr, nachdem er weiß, dass er das meiste ist, das ist ja. Ach, warum lässt das so nach, weißt du? Also nur wenn er Erfolge hat hier, macht er was drüber. Äh, ach geil, mein grüner Panzer, war mal weg, ey. Chora ist immer cool. Und das, der trifft mich ernsthaft, ey, das ist doch eher mal natürlich für dich. Glaubst du noch nicht? Ja, wo seid ihr? Und da kommt da einfach einer, was dem nichts schon wieder, das ist doch, oh, in die letzten Runde auch noch. Also sie ist getroffen, nicht los. Gerechtigkeit. Nein. Ehe, ich bin mir. Ja, mach mal zu, jetzt geh weg. Geh weg. Geh weg. Meine Fresse hier, schlussendurch. Ey. Boah, ich will jetzt verlieren, ne, nur um mich, ihr Leute ablenken. Das ist... Hm, die hab ich eigentlich, ja, das war mein Problem-Story. Ich wollte noch mal Leute ablenken, das ist... Ach, hast du jetzt, äh, angerufen und hast gesagt, ja, hey, jetzt abhazier mal. Genau, genau. Und ich bin ein Eins. Yeah, yeah, yeah. Und Jan ist vor Randy, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Und der... Oh, na, 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 na. Kriegst du mal eine Hand. Kriegst du so eine Hand, ja? Dankeschön. Ich hab verloren! Ja, vielleicht. Ja, aber... Oh, Movi. Was du richtig hast, ey. Ey, das ist jetzt gerade extrem scheiße. Das ist nicht gut für dich. Jan, Jan, nur so nebenbei. Hey, in der Gesamttabelle bin ich immer noch vor dir, ne? Noch. 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 Ja, selbst wenn du nur Zweiter bist, du musst das Erster werden. Oder Zweiter. Ja. Ich glaub, selbst wenn du nur Zweiter bist, haben wir halt Gleichspielpunkte. Also Jan, du musst dich ein bisschen mehr anstreifen. Hast du den Linger? Nein, hier ist keiner. Geht mal raus, ey. Sie sind eigentlich alle in die Kacke. Ey, über die ganze Meisterschaft. Geht mir keiner auf den Sack und dann in der Letzten, weißt du? Das ist ein Grund für einen Neustart. Nee, 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 nee. Kommst hier aber an komplett neuesten Meisterschaft. Das Err komplett neu, der muss komplett neu gedreht werden. Ja, neu gedreht. Neu auf Lager, reloaded. Oh, Mann. Deno ist erster. Ja. Ich bin weg. Das ist der Fallschutz. Du da hinten. Ja. Das war aber nicht so schön, dass du mich runtergeschmissen hast, oder irgendwann das war. Ah, Jan. Der Jan. Der Jan. Wenn er schon so dreckig schlacht hier. Und wenn man einmal gestört wird, dann ist es ja oft. Ja, das ist ja... Ja, genau. Ja, genau. Ja, das hab ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich dachte... Doch nicht, ne? Ja. Mal lieber Wendy, ihr wird kein Windschatten genommen. Ich hatte Windschatten, aber ich wollte eigentlich eher das Item haben. Das hast du mir dann auch nicht genommen. Ah ja, dreimal rot ist auch schön. Alter, der schießt schon wieder mit so zwei roten Panzer. Äh, äh, drei. Nein, nein, zwei. Das war einmal hatte Jan ein, zwei Mal in den Mischchen. Ah, ja, kommt, Leute. Hab ich Bauer? Ja, du hast Bauer getroffen. Ja, du hast Bauer getroffen. Er kriegt auch noch mal ein ab. Ja, ready, erwischt. Ich bleibs da. Ich bleibs da. Link ist da nicht ne große Lippe gewesen. Ich bin so gut. Oh, jetzt sind's aber hier alle auf einen Haufen. Ah, geil. Ja, das wird nochmal ein richtig enges Grund jetzt. Das ist dann... Das ist das ganz gezellte Item. Der denkt sich so... Ah, scheiß, was drauf. Ah, nee. Feuerball direkt vor meiner Schnauze. Erstmal Dutz. Okay, jetzt die letzten Items. Ach Gott, das ist doof. Das ist richtig doof jetzt. Was?! Wir hatten da drei Rote! Das war's... Lass mich rein! Nein! 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 Oh, Dritter! Nie, was ist das?! Warum?! Warum?! Also zwischen Jan und mir kann's ganz schön knapp werden, ne? 13, er, ich, 11. Das ist doch scheiße, ey! Der bringt immer die ganze Meisterschaft nix um den letzten Renn, Alter. Da versorgt der mir alles. Diese ganze Meisterschaft, diese letzte, ist voll korrupt hier. Ich hab... Ich hab... Ich... Ich... Ich kann... Ja, super. Ich... Ah, ich werde eh Platz 4. Ihr habt alle über 12 Punkte, ne? Oder habt 12 Punkte. Also ich hab 11. Du hast 11? Ja. Ich hab 13. Ja, toll. Boah, ich könnte mit Celos gleich ziehen. Das war's, ey. Wenn der Letzter wird. Und ich Erster. Das ist doch scheiße! Ich... Ich hab... Ich hab voll die Wut, ne? Ich könnte irgendwas kaputt machen, ne? Das ist doch... Diese Aufnahme könnte... frühzeitig enden. Wenn ihr mich gleich nicht mehr hören, wisst ihr warum. Ok... Oder... Oder... Plötzlich ein Knick in der Basecam ist, so weißt du. Oh, der Randy nimmt... Äh, der... Oh, Celos! Ah, verdammt. Oh, mein Gestalt. Das geht... Oh, ne. Und ich krieg auch noch runter. Das ist natürlich geil. Oh, Stars ist dritter? Ui! Hat aber passiert in der... Jetzt... Jetzt geht's aber los. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Hey, ja, warum? Natürlich gibt ihr da immer rotes. Das ist sogar Zweiter, ey. Boah, jetzt geht's aber richtig los. Aber richtig, ne? The Revenge of Stars. Ah, Münzen. Ach ne, Münzen habe ich einsammelt. Ich dachte, der wäre ein Bananen. Äh, Re... Äh... Ah! Du könntest ja wieder... Boah, Wendy, ich wollte dich treffen. Warum? Du hättest fast nicht getroffen dabei. Warum denn? Keine Hoffnung. Oh, nö. Nicht nur... Ja, Stars, ich hasse ihn. Ja. Habt ihr mir da hinten geschaut? Ach, verdammt. Ja, genau. Ihr trefft euch doch mit jedem Scheiß, ey. Das ist doch... Das ist echt so. Wow. Wow, das ist ein Goldenen. Ja. Du kriegst ein Goldenen. Ich krieg mir drei. Das ist doch wieder hier. Fairness for the winning. Okay, kann nichts mehr werden hier. Außer den. Ne, jetzt darfst du schießt doch jetzt auf mich. Nein, 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 nein. Was? Ich hab's nicht geschafft. Nein, das geht nicht so. Die können ja fliegen. Nein, der vierter. Dann, zweiter. Wuhuuu. Tritt, ich glaub du hast es zweckt. Ach, ja, mal gucken. Jan... Erster. Jan ist eiskalt, erster. Cedos, zweiter. Ne, warte ich bin. Weiter, ja. Vierter, ne, yoshi welche warst du? dritter so mal gucken in der stadt muss ich sprechen bei erster so stimmt als vier punkt das ist schon 56 jahren krieg 10 hat 85 des formen der kleine geier macht die europa hat 48 platz 3 mit der platz warst du zwei zwei punkte vorher hat es hat doch gereicht okay alles in ordnung es ist zu beleid leider leider steigt das in die zweite liga auf sie müssen sich erst wieder qualifizieren zu menschen ist leidvoll schlappen geht man wieder nach hause ich blende jetzt noch mal die tabelle ein wenn ich mich schon mal nach weil ich irgendwie fehler gemacht hat aber auf jeden fall sind die erste erster die zweite meisterschaft mal gucken an die los geht ich hab ich glaube zwei leute die gerne machen wollen und hier die leute da wollen schon auch wieder ein paar mitmachen natürlich muss sowieso mitmachen als Prozent als meister richtig titel verteidigt und vielleicht wir haben irgendwas gehört von updates vielleicht gibt es noch neue cups das dauert aber noch das wird noch dauert das wäre auch noch nicht schlecht gut Leute wir sehen uns dann bei den nächsten projekten oder die nächsten meisterschaften oder online oder irgendwann wieder bis dahin und ciao also